Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Herr Nörgel, Frau Fies und eine Katze. Wer ist denn Herr Nörgel? Ich denke, ich bin nicht Herr Nörgel. Ich denke schon. Irgendwie zählen die Skelette mich nicht, Miri. Oder? Ich habe gerade eins getötet. Ah, die zählen doch. Na gut. Da, es läuft weg. Ich glaube, mein Hangleider stirbt gleich. Lass mich raten, Katze. Du bist nicht zufällig zu Hause, sondern mal ins Bett gegangen. Nein, ich bin jetzt gleich bei euch, du Baum. Ja gut, das freut uns. Ich bin schon losgeflogen, letzte Folge. Ja gut. Eine Compressed Place walked übrigens on X-Point-C-Spike-Auchies. Oh, sehr schön. Was ist ein X-Point-Auchy? Kann man das essen? Das hat die hier gefunden. Das ist aber wirklich was Hübsches. Ja, ne? In der Stadt war ich ja noch nicht. Können wir hier nicht herziehen? Das ist schöner als unsere Base. Ja, können wir gerne machen. Das ist kein Problem. Können wir so eins mitnehmen, so ein hohes Ding? Da könnte ich meine Farben oben drin machen, wie cool das wäre. Aber wir können einfach mit allem hier in die Stadt ziehen. Die ist doch mega cool. Ja, aber Blauli, wo bist du hier denn? Ja, jetzt sind wir schon weitergelaufen. Ja, ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn da hinten. Ja, er fliegt. Er fliegt. Komm in unsere Richtung weiter. Weiter, rette uns hier. Er fliegt gegen das Gebäude. Nein. Ja, er schafft es. Kannst du, kannst du. Er fliegt voll gegen die Scheibe. Cheater. Cheater. Blauli, darf ich dir das hier geben? Ein Enderpaus, bitteschön. Was soll ich denn mit so einem Ding? Ich pass drauf auf. Ich lege es nicht in sich selbst. Nein, nein, gib es mir. Gib es mir. Nein, du kannst damit nicht umgehen. Aber ich muss die ganze Zeit Zeug rein tun. Ja, ich auch. Nee, hier sind Princess Silicons drin. Ja, hier ist voll cooles Zeug drin, Katze. Ich habe ein Tiny TNT. Ich finde, wir sollten einfach mit der ganzen Stadt hierherziehen. Oh ja, und das ist ein Zombiespawner. Nice. Das ist eine coole Stadt hier. Dankeschön. Hier sind Creeperspawner. Auch nicht schlecht. Das ist ein neues Skelettigespawn. Aua. Das hat sich gerade einmal um sich selbst gedreht. Oh, ein Creeper. Ähm. Aua. Warum hast du es denn nicht getötet? Weil ich war beschäftigt. Okay. Wie viele Skelette fehlen uns denn jetzt noch? Guck nach. Kannst du, wenn du einen Creeperspawner findest, mach den Creeper nicht kaputt. Es sind zwei Creeper. Ja, dann mach sie weg. Hier sind zwei Creeperspawner. 25 mir. Wir müssen noch 25 Skelettes töten. Oh mein. Machst du das hier? Dann gehe ich weiter erkunden. Nein. Lass mich nicht allein. Ah. Immer dieses Geheule. Ah, es ist gefährlich. Ich habe nichts mehr zu essen. Ich habe dir noch Essen gegeben. Ja, aber nur drei Sachen. Wieso lange soll das reichen? Oh nein, ich spinne Augensuppe. Ja, ich habe das erstbeste gegeben, was ich gefunden habe. Hallo? Ähm. Ähm. Leggen die gerade rum? Ja, ein bisschen. Wahrscheinlich macht Katze gerade irgendwas. Hey, ich bin mit euch hier, du Baum. Hallo? Was machst du gerade? Au. Ein Creeper. Warum soll sie töten? Nicht, äh. Nicht mit ihnen spielen? Ja. Hallo, Typ. Au. Ach, da war Katze. Ja. Mann, das dauert einfach 100 Jahre, mit diesen scheiß Skeletten hier alle tot sind. Warte, wir können doch lieber, die Katze kann doch eine Seele fangen. Dann können wir die lieber irgendwann, ähm, spawnen und dann klatschen. Wir können doch einfach zu Hause ein Skelett-Spawner bauen. Wir haben tausend Gebrokene davon. Da muss ich nicht meine Seele fangen. Die Dinge kann ich einfach so bauen. Ja. Creeper genauso. Ja, dann machen wir das zu Hause. Okay, dann darf ich jetzt wieder nach Hause fliegen. Nein, du kannst mit uns die Stadt erkunden. Ja, Miri! Miri, Alarm, Alarm! Bist du jetzt gegangen? Ja. Hilfe! Da war ein Kompress zum Skelett. Oh nein, ich bin, ich bin wieder da. Ich bin so tot, wenn du mir nicht hilfst. Ich komm, ich komm nicht rein, weil die Ranken im Weg sind. Ja, dann mach sie weg. Du hast da, soll ich dir die Pfeile rausziehen? Ahaha, nee, lass mal stecken. Du hast einen Pfeil im Knie. Komm, ich extra wieder und du hast den Scheiß selbst geklärt. Ja, ich hab ein Miri dafür. Hallo. Ich bin Miri und ich hab den Scheiß geklärt. Oh, das hat nur zwei gegeben. Das gibt's gar nicht. Ist nicht wirklich viel. Ja, dann geh jetzt wieder nach Hause und mach mal wieder Tag, Miri. Und unten macht die Ender-Pout fair. Wir suchen uns eine schöne Wohnung, wo wir einziehen. Ich hau euch gleich irgendwo eine Ender-Pouch hin. Ich blockiere euch einfach die komplette Ender-Pouch mit irgendwelchen Zeug, das ihr nicht aufnehmen könnt. Wieso willst du denn nicht, dass wir cooles Zeug noch finden, Katze? Ja, doch. Ich glaub nicht, dass wir noch sonderlich viel Zeug finden. Aber ihr seid halt so nach dem Motto gearbeiten, gearbeiten, macht dies und das, macht dies und das. Wieso bin ich YouTuber geworden? Ich will nicht arbeiten. Das sollte jetzt wahrscheinlich lustig sein, ne? Das war der Moment, wo die Leute bei mir jetzt so ein Schmunzeln auf dem Gesicht haben und sich fremdschämen. Ja, tu ich aber nicht. Ich fand's auch nicht lustig. Creeper, Creeper, Creeper. Oh. Die sind einfach von Bäumen gefallen. Diese Stadt ist auf jeden Fall schön. Hast du noch eine andere Koordinate für uns, oder was? Oder gibt's nur diese Koordinaten, die die Zuschauer dir genannt haben? Äh, ich kann eben mal gucken. Ah, meine Güte. Kann man hier nicht mal in Ruhe nach Kommentaren gucken, ohne dass man von irgendwas beschossen wird? Anscheinend nicht. Ich denke auch nicht. Hallo, Freunde. Okay, ich hab's mir anders überlegt. Hallo, Alter, diese Stadt, ne? Die ist einfach jetzt schon total überlagert mit, was weiß ich, tausend Monstern hier. Ich denke, wir haben hier alles gefunden, was wir finden mussten, Miri. Glaube auch. Ja, ja. Ich glaube, wir gehen besser nach Hause. Aber wir wollten hier hinziehen. Nee, ich glaube nicht. Was du gesagt hast, ich ziehe alleine mit meinen Tieren hin. Aber wenn wir Katze nicht mitnehmen, dann haben wir ein Problem. Ohne Katze können wir hier nichts machen. Warum nicht? Weil du eine fähige Katze bist und wir brauchen eine fähige Katze. Nö. Oh, ich überhitze. Ich hab keine anderen Koordinaten mehr. Ich überhitze, ich überhitze. Ja, dann. Ich muss mein elektronisches Dingsbums anschalten und das andere Ding runternehmen, so. Elektronisches Dingsbums anmachen, das Laden hier. So, wieder schnell anziehen. So, ich bin wieder zu Hause. Das Ding wieder ausmachen. Schön. Gehen wir denn auch nach Hause? Ja, warte, ich will hier erst mal die Kiste luten. Dafür muss ich nur eben Blazes töten. Wuuu. Danke. Guck mal, ich hab das Geheimes gefunden. Oh, hier war nix drin. Was hast du denn gefunden? Guck mal, ich hab was Geheimes gefunden. Da stand ein Brick mitten in der Wüste und ich hab ihn abgebaut und jetzt ist da eine Leiter. Alter. Nach unten. Bei mir leckt gerade alles so extrem hier in der Base. Ich weiß halt nicht, woran es liegt. An dir. Kommst du? Komm mal kurz. Ich mach kurz den Vlog. Vielleicht sollte das helfen. Ich weiß halt null, wo du bist, Miri. Guck doch auf die Map. Ja, die Base bist du nicht mehr drauf. In Richtung Base bin ich geflogen. Von der Stadt aus. Ja, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Ich weiß nicht, was das war. Aber wir zurück wollten. Ja. Und ich gucke noch eben nach der Kiste. Da war ich halt noch. Ja, dann kommt doch jetzt raus. Ja, aber ich muss einfach gucken, in welche Richtung die Base ist. Oh, ne mehr erkennen. Schön. Nächstes Mal tötte ich dich einmal in der Base und dann hast du ab sofort einen Punkt, um das zu wissen. Nein. So, ich kann endlich den Kiwi-Smoothie mal trinken. Da ist Miri. Hallo. Hallo. Was hast du gefunden? Ja, war lecker der Kiwi-Smoothie. Yeah. Hier. Ah, das ist wieder so ein unterirdischer Dungeon. Hier, geh mal da runter. Nein. Doch, du gehst zuerst und ich komm direkt hinter dir her. Ja, du weißt, ich hab überhaupt keine Überlegungschance da unten. Wir sind auch nur ohne Ende Monster. Hallo. Guck, das sind diese Standard Dungeons. Die kennen wir schon. Oh, cool. Nee, nee, hier will ich nicht. Das halte ich nicht aus. Die Monster sind viel zu krass. Okay. Vielleicht ist es ja was anderes, weil das einfach so random in der Wüste war. Ja, nein. Vielleicht. Okay. Ja, bin schade schick. Ich finde auch, wir sollten da hinziehen, aber das müssen wir erst mit Katze besprechen. Der will ja anscheinend nicht. Fies. Der will ja bei dem Gammelraumschiff bleiben. Ja. Aber unsere Mission ist ja sowieso eine ganz andere. Wir dürfen ja gar nicht ewig auf diesem Planeten bleiben. Wir müssen ja hier wieder weg. Aber die Stadt ist schön, da können wir wohnen. Ja, aber nicht, wenn wir hier eh bald wegfliegen. Als würden wir hier bald wegkommen. Naja, ich bin auf jeden Fall daran, da an zu arbeiten, hier wegzukommen. Ja, ja. Wie, ja, ja. 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 Hab ich das nicht gesagt? Ja. Ja. Die Katze ist auch da dran, stets bemüht. Aber ich hab mir hier eine Existenz aufgebaut. Wir sind gerade daran bemüht, das wirklich zu tun. Nicht? Wäre das der Fall, würden wir es dann vor zwei Folgen schaffen. Meinst du, so schnell hätten wir die Raketen zusammen? Ja. Nein, wir müssen erst die Missionen, die Quests machen. Vorher nicht. Wie viele Folgen spielen wir Stranded eigentlich schon? Weiß nicht, zwei? Noch nicht lang genug. Ich hab noch nicht genug Geld durch Stranded verdient. Ach so. Oh nein, wie viel musst du denn verdienen, dass es sich lohnt? Ah, 12 Euro, 13 Euro, sowas. War es im Jahr? Ja. Das ist aber ein Schwach. Ja, Blauli. Hui, 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 hui. Hui. Wo ist unsere Base? Da vorne. Da, wo die Markierungen sind. Haha, ich hab keine Markierungen. Die du nicht siehst. Ah, da. Ich bin wieder hier. Nein. In meinem Revier. Nein. War nicht wirklich weg. Hat Miri nur versteckt. Du hast mich vergraben. Mhm. Hat Miri verbuddelt. Hallo. Guter Ballui. So, bist du ja zufrieden, Miri, dass wir Kunden waren? Ja, war schön. Gut. Okay, ähm, ja. Ja, war sehr interessant. Wir haben viel gelernt. Wir haben kaum Literquartz übrigens, was mich ein bisschen stört. Ja, das, ja, dann hättest du aber ein bisschen Saustensieben müssen. War ich gerade. Ja, aber jetzt ein bisschen spät dran, ne? Merkst du selber. Ich hab mir ne Dummsteabzugshaube gebaut. Ne Abluft. Ich bin stolz auf dich. Aus den Ventilatoren. Toll. Gut, ich hab noch drei Wunsch. Darf ich noch welche hinstellen? Was? Ja, guck mal. Katze braucht ich schon eine. Nein. Die Maschinen funktionieren nicht, wenn du da nicht Abluft dran machst. Hier, dieser Turm. Den musst du einfach da dran setzen. Einfach oben drauf. Ja, ja. Weiß dir. Damit der nicht heiß läuft. Ich kann nicht. Ich treffe dich. Wobei es ja dann ein falscher Block draufsteht. Explodiert das? Ich kann gar nichts draufstehen. Lass dich nicht von dem verarschen. Da kann man was draufstehen, Miri. Nein. Dann eben nicht. Fies. Weil Louis braucht eine G6, die 3, 2, 1. Was? Was passiert? Ich bin mich geärgert. Ich bin mich geärgert. Doch. Was ist mich geärgert? Fies. Ich bin wieder hier. Meinem Riviar. Und was machst du da? Sing hier nur. Aha. Vor mich hin. Das hat keinen Sinn. Ich mach mal Abluft für meine Tiere. Hä? Na gut. Da stinkt es bestimmt. Ja. Ja. Katze, was machst du? Warum machst du jetzt Weiles Crafting? Einfach ohne uns zu fragen. Weil das ist ein Rezept, das du baum. Ja. Okay. In den Quests nicht hinkriegen. So Miri, guck mal, Katze hat Quests gemacht. Wir können erstmal Quests abholen. Lut Chests. Guck mal, Technical Revolution. Und dann gibt es da, ähm, einmal Lut Chests. Oh, Katze, soll ich dir Lut Chests nehmen? Oder willst du lieber? Du kannst alles claimen. Willst du lieber Fluid Dust oder? Achso. Juhu. Und da? Cool. Oh nein. Und 20 weitere Lut Chests. Was ist gerade passiert? Ich bin hierher gekommen und du explodierst. Und überall sind Lut Chests. Lut Chests. Lut Chests, Lut Chests, schnell. Nein, das ist in Mainz. Mein Inverschall ist voll. Nein, bis. Das ist in Mainz, Lut Chests. Und wir haben voll viele Abgriffe. Das war der volle Mörderding, Alter. Watermilk, auch noch. Oktober, Compressed, Cobblestone. Und wir haben gerade einfach eiskalt. Alter, Spitz. Was hast du gemacht? Das wüsste ich aber auch gerne. Ich habe gerade eben eine Lut Chests geöffnet. Das war eine Lut Chests. Das war eine. Ich habe Majoring. Ja, du bist ein Angeber. Aber der muss mit Strom aufladen. Nein, der braucht halt GP. Das ist das Einzige. Machst du doch noch einen Lut Chests auf? Ich habe in der gleichen Dinge übrigens eine GP-Mill drin gehabt. Ok, ich mache einen auf. Da sind 10 Tripwire-Hooks drin. Hey. Das war es genauso, wie du das hast. Du bist so krass, Valoui, ey. Jetzt Miri. Ok. Ok, ich hatte zwei Lapis-Baloui-Blöcke und Block of Redstone. Yay. Lol. Mob Drop. Oh nein, ich habe die Endepaar geschlossen. Tschüss. Ich habe es gesehen. Und Katze ist weg. Wiedersehen. Nächste Kiste. Fünf Carpets. Miri, Carpets. Ich habe eine Presser gekriegt. Ja. Was hast du bekommen? Eine Presse, wo du mit deinen, deinen... Oh, ich habe schon wieder das Gleiche bekommen. Hier. Was ist denn los? Du brauchst diese jedoch, ne, für deinen Tofu. Ja. Okay. Ich wieder? Ja. Wow. Obsidian, Scheren, Kisten, Verzauberungstisch, Bücherregal, Endstone und Seelaternen. Okay, das hätte ich sinnvoller an. Ich habe 20 mal Cobweb und einen Stick. Da kann man bestimmt was draus machen. Aus dem Cobweb 100 pro. Auf jeden Fall mehr als aus dem Müll, den du ziehst. Mann, Ruhe jetzt. Ich wieder, ich wieder. Äh. 20 Cobweb oder einen Stick. Machen wir ja nicht gerade meine Luches auf? Nein, die haben die alle gefunden. Nein, die habe ich mir verdient. Ja. Die habe ich mir verdient. Die lagen auf dem Boden und ich habe sie aufgeschlossen. Ja, wenn die einfach da so rumliegen, kann man ja nicht liegen lassen. Okay, ich habe jetzt sie mal Goldohr, ein Diamantohr und ein Ironohr. Okay, ich habe ein Double Compressed Bone Block. Toll. Okay. Oh, ich habe Dungeon Dude. Ganz viel unnütze Zeugen. Ich habe einen Carpenter gefunden. Hier einen Capacitator. Wow. Ja, ich auch. Oh, Leute, das ist ein Crushing Capacitator. Ich habe einen Presser gefunden. Schon wieder. Ich habe einen Ancient Capacitator. Und einen Name Tag. Ich kann irgendwas benennen. Juhu. Das war das Wichtigste. Okay, was haben wir noch? Ich habe Essen gefunden. Hier, Miri, das musst du wegräumen. Ich behalte das einfach. Was? Ich habe Essen gefunden. Was für Essen? Cooked Tofu-Fotten und Delight Meal. So, dass Delight Meal ist ja das höchste, was es gibt. Cooked Tofu-Fotten. Hast du noch eine? Ja. Okay. Oh, das sieht gut aus. Das ist das beste Essen. Das kannst du mal machen. Ja. Okay. Und ich habe zwei Blümchen gekriegt. Eine rote, eine gelbe. Wow. Ich habe fünf Fall Cobblestone. Wow. Wow. Das war halt einfach so scheiße. Noch ein blöder Carpenter. Aber noch hier. Noch eine Chest. Wie viele hast du denn noch? Hier. Ich habe Cobblestone Generator gekriegt. Toll. Wie viele Loot Chest hast du noch? Ich habe keine mehr. Ich habe noch eine. Okay. Und? Ich weiß noch nicht. Noch ein Carpenter. Toll. Ganz toll. Na ja, gut. Wieso hat Katze so viel Glück gehabt? Er hat es halt einfach explodiert. Ähm. Ja gut. Ich hatte gerade das gleiche Glück wie Katze. Nein. Nein, Loot Chest. Ich habe Loot Chest ohne Hände gekriegt. Ich will auch welche. Ich habe gar keine. Da war halt auch ein Angel Ring drin. Und 64 Upgrades. Und überhaupt. Warum hast du Flügel? Das ist der Angel Ring. Ich will auch Flügel. Den musst du dir verdienen. Eine Watermill haben wir. Ich mache mal eine Loot Chest auf. Ich habe gar keine Loot Chest bekommen. Ich habe das gleiche wie Miri bekommen. Auch das ist Futter. 100 Dead. Wo ist Miri? Wo ist Miri? Miri, komm her. Ich teile mit dir brüderlich. Katze nicht. Wir haben ja seine Ego geklaut. 1, 2, 3, 4, 5. Na genau. Katze hat mir schon genug geklaut. Nein, komm her Miri. Äh, Katze. Hier. Komm her. Ach so, jetzt bin ich auch nicht operiert. Komm her. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt hat jeder von uns 5, außer ich habe 6. Wir machen jetzt Loot Chest Opening. Ja, kommt zusammen. Bitte im Kreis stellen. Sonst geht das nicht. Okay, 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 okay. Ich muss auch kommen? Ja, wir machen das gemeinsam. Okay. Ich habe das schließlich nicht umsonst allen einen Loot Chest besorgt. Okay, wer fängt an? Ich fange, weil ich 6 habe. Und ich habe Holz drin. Woohoo! Wer jetzt? Jetzt du. Ja, du. Okay. Ich habe Nether Quartz, Magma Block, Nether Rack und Nether Brick. Ich glaube, das ist eine Katze. Der gut, wir brauchen Nether Quartz. Jetzt ich. Ja. 5 Cobblestone, not painted. Glückwunsch, hatte ich vorhin auch. Deluxe, Deluxe. Ich bin wieder dran. Und ich habe Dungeon Loot. Das hatte ich aber vorhin. Schau mal mit dem Verzaubungstisch und dem ganzen anderen Quack. Okay. Äh, ich habe Essen. Das gleiche, was du vorhin hattest. Ich habe Stick und Cobweb. Das hatten wir auch schon. Rüchte auch, ja. Wer ist jetzt dran? Ich schon wieder. Äh, ich habe Slime Balls in jeder Farbe ein. Oh, cool. Ganz toll. Okay, jetzt ich. Wo ist der Kreis? Hier. Okay. Oh, ich habe lauter Diamantzeug. Diamant Schwert, Diamant Schaufel, Diamant Pickaxe, Diamant Axt. Cool. Nice. Und ich habe Mycelium. Und ich habe 4 Holz. Wow. Deluxe, Deluxe. Es wird echt gut langsam. Also, ich habe 13 Mal Clay. Yay. Katze? Ähm, ich habe 5 Cobblestone, not painted. Und ich habe nochmal 4 Holz. Und in der letzten Kiste ist? Oh, ich habe 3 Mal Stone. Das ist besser als Cobblestone. Und jetzt kommt Katze. 360, ich öffne einen geilen Scheiß. Es ist noch. Ja, gut. Wuhu. Tja, da müssen wir Miri halt irgendwann in Enduring noch craften. Müssen wir sowieso wahrscheinlich für eine Quest irgendwann noch machen. Aber dann hat es sich schon mal gelohnt, würde ich sagen. Ja. Warum hast du Flügel? Flügel, ich will auch Flügel. Das ist fies. Du hast einen Jetpack. Der ist eh besser als die scheiß Flügel. Aber die sehen cool aus. Und du hast deinen Jetpack doch immer noch. Ich bin cool. Oh, cool. Kann halt jetzt beides haben. Jetpack und Flügel. Blub, blub, blub. Nein, GP ist einfach. Du musst eine. Das erstellt das und das wird dann irgendwo im Subnetzwerk gespeichert. Bedeutet im Endeffekt, das muss nur irgendwo stehen und GP generieren. Hä? Ja, ja, mach du mal. Aber jetzt haben wir. Warum geht es denn da recht nicht weiter bei MMEs? Das ist das Maximale, dieses Widers Zeug. Nee, ich glaube, das wird schon noch irgendwo weiter gehen. Na gut. Na gut. Na gut. Aber jemand muss die Folge beenden. Ja, frag mal Miri, die macht Wolle. Ich hab Wolle. Haben wir Schafe? Wir haben Schafe. Ich hab Wolle. Was brauchst du für Wolle? Schwarze Wolle, die hab ich mir geholt. Ich hab hier sieben schwarze Wolle. Warum hat die nur wenig gegeben? Hat dir jemand erlaubt, meine Schafe anzufassen? Ich war das nicht. Hat es mir jemanden verboten? Oh, Belästigung von Schafen. Ich verbiete jetzt einer die Folge beenden. Ich verbiete mich, meine Schafe zu belästigen. Baloui, hör auf mich an zu schreien. Sonst kriegst du einen hier mit. Ich bin im Graben und hab viel geschmerzt. Ja. Geh, rumholen. Hat Baloui gerade was getrunken? Was hast du denn getrunken, Blaus? Wasser. So, noch eine Quest. Oh, oh. Gibt es dann Loot Chests? Wenn es wieder Loot Chests gibt. Nee, keine. Was möchtest du haben davon? Das ist steinlich wurscht. Das Vibrant Alloy wahrscheinlich am teuersten. Oh, wir brauchen hier noch einen Dragon. Warte, wir haben gleich wieder zehn Loot Chests jeder. Warum? Das haben wir dann in der nächsten Folge, Leute. Ich hole einen Dragon Breath raus. Der Text hat mit. Wir müssen das craften. Das kann ich kurz machen, Warte. Ja, aber das machen wir nächste Folge. Ja, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage, ich bin Katze. Bis zum nächsten Mal. Und bleib schon folbig. Tschüss. Miri hat die Abmod. Miri muss Abmodden. Nein. Nein. Ich hatte die letzte Folge. Ich hatte die Abmod. Ach du heilig. Ich dachte, miri hat die Abmod. Nein, ich habe die Abmod. Okay. Sehr verehrte Damen und Herren, Tiere, Menschen und Doktoren. Schaut auf jeden Fall bei den Leuten in der Videobeschreibung vorbei. Lasst einen Kommentar verschieben bei Bewertung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht das gut. Bis dann. Das war Tschau. Tschau. Tschüss. Tschüss.